Die Kiste 2.0 Sie nimmt ihre Zeitung an, füttert ihre Katze, bringt ihren Müll raus, nimmt Anrufe an, frankiert ihre Post und bringt sie weg, führt ihren Videoblog oder bringt sie nach Hause. Doch das ist noch immer nicht alles. Er befriedigt ihre Freundin, befriedigt ihren Freund, befriedigt ihr Haustier, spielt mit ihnen Rockband, hilft ihnen beim Rubikswürfel oder macht ihnen ein herzhaftes Frühstück. Deshalb seien sie kein Depp von gestern, sondern greifen sie gleich zu und seien sie endlich einmal ein Gewinner. Ich hab gleich zwei gekauft. Der Companion Cube von Aperture Science, ein Freund für alle Lebenslagen, jetzt im Handel.